Ui, ui, ui! Ich glaube, der kann hier dafür sorgen, dass die wieder aufstehen. Ähm, habe ich noch einen Stein oder irgendwas? Nein. Habe ich nicht. Aber ich kann hier... Ui, das machen wir auch direkt... Achso, nur eins hat es abgezogen. Das war schwach. Das ist natürlich nichts, wenn es nur so wenig abzieht. Dann endet ihr jetzt. Dann machen wir mal hier weiter. Bäm! Der ist weg! Poco! Bäm! Oh! Acht, hui, jetzt hat er aber... Der gute Poco... Ui! Jetzt schickt er einen, der Poco. Nicht sterben, Poco. Äh, yes. Du? Bäm! 15. Poco, wie geht's denn dir? 12 und 27, okay. Äh, das schreit nach Heilung erstmal. Es schreit geradezu. Auf das es dir besser gehe, äh, Q20. Die Leichen hier, die steht anscheinend wieder auf. Oder... Können wir wieder auferstehen. Äh, jetzt kann ich auch... Ach, gut, passt. Der blockt einfach ab, der Wichser. Level ab! Ja, ja. Kukuru? Bäm! Jetzt stirb halt. Jawohl, paralyzed. Ähm, was aber jetzt schlecht ist... Jetzt komm ich ja gar nirgendswo mehr durch. Glaube ich. Oder wie seh ich das? Yes. And to turn. Was ist jetzt? Jetzt komm ich ja echt nirgends durch. Hä? Was hat das zu bedeuten? Ich kann nur noch mit dem angreifen, quasi. Was ist denn hier los? Oder kann ich hier... Ah, Tatsache, ich kann immer noch draufhauen. Ach, jetzt halt, guck. Bitterly received, okay. Ja, dann hauen wir mal auf die Leichen hier drauf. Wahnsinn. Wusste ich jetzt gar nicht, dass das noch geht. Bitterly received, okay. Hallo! Ich bin Poco. Und ich hau dir die... ...die Becken um die Ohren. Ich habe nichts gemacht. Perfekt. Sehr schön gemacht. Okay, dann geht Kukuro mal schnell noch hier absahnen. Bevor... Ach so, ich glaube, jetzt ist es aber vorbei. Nee, passt. Oh, Lightsaber. Six. Nö. Ja, mit A kann ich auch nichts reißen. Dann mach du mal den hier unten platt, bitte. So. Ja, Poco, dann... ...mach dem mein Ende. So, vorbei. Level up. Gain the Level. Okay. Ach so, es geht noch weiter. Ja, bis der letzte wahrscheinlich da unten tot ist. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt haben wir es aber gepockt. Learned Silence. Bitterly received. Geil. Wuhu. Es regnet Auszeichnungen. Ja, Wahnsinn. Krasse Scheiße. Okay. MMM. Also das ist wohl dann hier... Oh, Ruvak Woods. Was ist das denn? Wo kommt denn das her? Na gut. Ich würde sagen, ich unterbreche mal kurz und werde Offscreen mal etwas leveln. Das wird ja ein Kämpfen in Anspruch nehmen. Und damit ihr das nicht miterleben müsst, diese langweilige Kämpferei. Kommt jetzt hier ein kleiner Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. So. So, und dann bin ich wieder zurück. Und, äh, ja. Bin jetzt etwas aufgepowert. Habe ein, äh, drei, vier Ründchen gekämpft und habe mir eine Menge Level-ups bekommen. Ähm, so. Nicaros Forest, da waren wir eben. Jetzt gehen wir mal zum Ruvak Woods. Da werden wir vermutlich auch nochmal kämpfen müssen. Do you wish to save? Ja, ich wish to safen. Und, ähm, ja. Da unten sehen wir unsere Partie, wie sie köchelt, miteinander redet und dann letztendlich schlafen geht. Wunderschön. Ruvak Woods. Wunderschön. 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 Äh, ja. Wir haben zwar nichts Neues bekommen, aber egal. So, ich geh mal hier links rum. Oha. End your turn. Dann geh ich mal mit der mal da hin. Mal schauen, wie das ausgeht. Oh, was ist das denn? Boah, fuck. Ich hoffe, wir sind stark genug für die ganzen Leute hier. 13. Okay. Uh. Jawohl. Die weicht immer sehr gut aus, die Kukuru. Oh, geil. Die ist echt agil. Oh, Poco. Okay, der ist schon schwach. Oh, was ist das denn zur Hölle? Arg. Ähm, dann greifen wir mal den an. Bam, oder? 17. Kukuru greift auch nochmal den an. Warte, stopp. Was? Wie viel Energie hat sie denn? Achso, sie ist ja ausgewichen. Okay, passt. Bam. Jawohl, der ist weg. So stark sind die gar nicht. Das ist gut. Der müsste auch hinüber sein. Jawohl. Der Geist hier. Oh Gott. Oh. Dun, dun. Geile Mucke. So. Ähm. Ja, ich glaube, ich gehe mit Arkman hoch. Und mit ihr dann runter. Aber nicht ganz hoch. Damit die uns nicht gleich hier überfallen. Bam, oder? 21. Dann macht der hier weg. 12. Oh Gott. Yo. Jawohl. Nochmal 12 abgezogen. Ich muss mal schnell nach Energie, nach der Energie von Poco dann schauen. Nicht, dass der hier alleine dann abkratzt. Okay, da komme ich ja nicht rum. Da muss ich hier entlang. Kukuru. Jawohl. Okay. Da hat sie es geschafft. So. Jetzt wollen wir kurz schauen hier. 16 von 38. Hm. Ich heile mich nochmal. Selbst. Mit, ähm. Wie war das? So. Healing Hop. Boah. 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 Oh nein, heilt der jetzt auch den Gegner? Oh Gott, bitte nicht. Okay, passt. Ha. Das ist aber ja dreist. Wenn dann auch der Gegner mitgehalten wird, nur weil er in der Nähe ist. Oh, was macht der jetzt? Igitt. Was ist das denn? Oh shit. Ich glaube, das werden heftigst unangenehme Gegner. Äh, warte mal kurz. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Oh, cool. Ich hab ja... Wusste ich jetzt gar nicht. No. Gehen wir mal hier rüber. So. Mal direkt in die Fresse spratzen hier. So, Kukuru, schnell hoch. Und Poco. Greif mal den von hinten an, damit du da weg sein. Ja. Herrlichst. Und wieder ein Level abgestiegen. Sehr schön. Blindness Grass. Oh. Bäm. So. Wenn du mich schlägst, schlage ich dich zurück. Panna. So. Okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was diese Pflanzengegner hier so zu vermelden haben. Lass mal kurz schauen. Was hab ich denn jetzt hier? Also direkt Burn Ground. Das ist alt. Meteor Shower. Deadly Meteor Shower. Damit könnte ich den erreichen. Das machen wir doch mal. Bloods... Was? Bloodweed. Okay. Oh, Meteor. Was ist das denn? Ja, Bäm, Oida. 18 oder 19 ist abgezogen. Hm. Ist nicht so stark. Äh, hat sie was Neues gelernt? Ne. Okay. Dann, Poco, lauf mal hin zur Partie. Ey, da rufen wir jetzt heftig ab. So. Mal schauen, was der aushält. Ah, okay, läuft. Easy going. Zacka. Wuhu. So, und da treffen wir wieder aufeinander. Der Kreis schließt sich. Bäm, bada bäm. So. Shazam. Geil. Ein Schlag und Tod. Neba, Neba received. Okay. Kokuru. Äh, hier kann es nichts reißen. Poco ist auch doch schon da. So. Äh, toll. Ich kann mir hier nichts machen. Die Kokuru muss angreifen. Dann greifen wir an. Mal 15 reicht ja auch schon. Das ist tot. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, okay. Das ist ja easy going alles hier. Ein leichtes. Das ist ja ein leichtes. Okay. Jetzt haut der ab. Haut der ab. Läuft er nicht weg. So. Schön. Nochmal eine Mitglieder gewinnen hier. Geil, oh Mat. Bäm, 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 bäm. Alles erreicht. Jawoll. So. Dann haben wir den Wald auch abgefrühstückt. Äh. Dann wollen wir jetzt mal zum Zimbara-Marsch. Hm. Do you wish to save? No. Habe ich gerade per Emu gemacht. Zimbara-Marsch. Shall we do battle? Yes. Und dann haben wir alle Welt da durchgebattelt. Die Frage ist, wann sollen wir dann wieder zurück? Oder können wir schon wieder zurück? Bäm, bäm, bäm. Sprün mal kurz über Poco drüber. Oh, was ist das denn? Wie? Ein riesiges fliegendes Viech. Wo? Was ist das denn? Oh, die sehen evil aus. Die sehen, als ob wir uns in den Arsch treten könnten. Nein, passt. Drei. Ist in Ordnung. Das ist noch im Rahmen. Scheiße. Mit Poco kann ich jetzt nichts reißen. Von dieser Position aus. Muss ich warten? Oh Gott. Okay. Die Kokuru ist gut gerüstet. Die ist perfekt in der Verteidigung. So. Bäm, oida. Jawohl. Null. Äh, ich greif mal das Viech an. 24. Hui. Er lebt noch. Die halten auch was aus. Wuuuuh. Geht, ist das eklig? You evil beast. Poco. Poco kann nichts machen. Toll. Oder? Kann ich irgendwas... Nee. Da geht der Nikes. Schlecht. Oh. Sieben. Oh, oh, oh. Vorsicht, Leute. Jawohl. Konter und weg. Geil. Sehr schön. Dann machen wir hier direkt mal weiter. Und direkt von hinten. Bäm, oida. So. Kukuru, Kukuru. Ja, die muss hier aber stehen. Sonst kann ich gar nicht angreifen. Ich mach mal hier... Geht hier irgendwas? Silencer. Magix Casting Antidote. Nee. Wie sieht's denn um mein Befinden aus? Okay. Dann bleib ich jetzt doch mal hier stehen und heil mich erst mal. Äh. Stopp. So. So. Ich möchte aber gerne so stehen. Nein, nicht enden. Ich möchte mich heilen. Kira. Kira! Kira! Da schreit sie laut. Kira! Okay. Herrlichst. Oh Gott, Poco. Pass auf. Lass sie nicht hier platt machen. Oh. Null. Jawoll. Ich bin ja quasi immun. Oh Gott. War vielleicht doch nicht so gut. Okay, Poco hat sich heftigst gewährt. Sehr schön. Small Bomb received. Äh. Wie sieht's jetzt mit dir aus, Poco? 21. Naja. 28. Wahnsinn. Woo. Der hat er heftig abgezogen. So ein 0 gegen 20. Das ist auch immer sehr gern gesehen. Jawoll. Ich bin stark. Ich hab gut gelevelt. Nicht schlecht. Bam. Level up. Geil, Omad. Ja, heftig, heftig. Dann haut ihn mal hier zur Brei jetzt. Oh, was ist da hier los? Was war das denn? Da hat er mich gepackt und zum Boden geschmissen. Bist du völligst wahnsinnig. So. Ich mache hier alles down. Wahnsinn. So. Du bist der Nächste. Tschüss. Level up. Läuft. Ja, aber das läuft. So. Arg. Hat oben alles gesäubert. Hier ist nichts mehr zu reißen. Äh. Du bist gecute sowieso. Dann zurück und hau auf die Mütze. Gleich mal Level up received. Das läuft hier ja wirklich ab wie nichts. So. Geschafft. Äh. Ja, geil, Omad. So. Und nun? Und nun? Äh. Ne. Capital HQ. Okay, jetzt habe ich alle Wände durch. Genau, jetzt kann ich nur noch zurück. Milmanos Skyport. Achso, Nicaro's Forest kann ich immer wahrscheinlich zum Leveln. Das sind aber auch jetzt die schwächsten Gegner. Das heißt, da werde ich nicht viele Erfangspunkte bekommen. Ne, wir stehen ganz gut da. Ich gehe zurück. Do you wish to save? Ja. Wir safen nochmal schnell. Und haben fast unsere zwei Stunden Spielzeit erreicht, glaube ich. Wie ich eben sehen konnte. Hallo. Na, na, na. Na, na. The ape. Hallo. We've passed your test, General. Do you still think us to be mere children? Hehehe. You've got quite a mouth on you there, kid. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, also dann gehen wir jetzt zum großen Wald. Hm, have I underestimated these children? Perhaps they are the ones of legend. And if that's the case, I had better find a way to finish them off. And soon. Ja, völlig klar, dass der auch ein hinterschlitzohriges Arschloch ist. Lach dich ruhig kaputt. Oh, wer ist das? Mysterious figure. You called general? See that the adventures reach the forest. And use whatever means you find, entertaining to turn them to nourishment for the flora. Mysterious figure. Hm. An eco-friendly Megalomaniac is so refreshing in these dark days. It shall be carried out exactly as you desire. Yeah. Ja. Da beamt sich einer hin und her. Das ist ja nicht so gern gesehen von mir. Äh. Oha. What the fuck? Was geht denn jetzt? Ein Zug. Wuhu. This is a train. Okay. Kranker Scheiß. Da fährt es davon. Jetzt geht's per Zug in den Wald. Nicht schlecht. Und dort warten die richtigen Biester auf uns anscheinend. Oha. 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 This area is crawling with all manner of deadly monsters. You must proceed carefully. Stay close to me. If you lose the trail, it is certain death. Okay. Du hast Maschinenquert dabei, ey. Und wir müssen hier mit mittelalterlichen Waffen kämpfen. Seid ihr völligst wahnsinnig. Gebt mir mal ne Knarre. Ich will ne Knarre haben. Okay, okay. Great. We lost him.